Jo, es geht weiter, wir lösen uns gleich mal Trampolin da, teleportieren und rupfe ich da rauf. Ah, hier, ich darf das selber machen, warum ist das Spiel einfach so leise? Ah, quick stop. Wuii! Für die Konstruktion dieser Katapulte sind hunderte Koboldstunden Arbeit notwendig. Sieht denn keiner, wie viele Arbeitsplätze ich hier schaffe? Oh, oh, guter Wahl. Oh, IQ-Build. Wo sind meine Klickscope-Künste? Yep, this is cold, this is cold. Frieti Skalitans. Naja, ich glaube ich werde voll in Eis reinstecken alles. Ich hab... Ja, es macht Schaden. Das hätte ich nicht testen müssten wahrscheinlich. Alles wird in Eis reinsteckt. Alles. Gehe jetzt schon auf Eis. Und auf Explosionen. Gleich wie Tina. Ja. Hopp. Ach, die kommt schon zurück. Übrigens. Nein, nicht kann man nicht töten. Doch. Ja, Wissenschaft. Wir wissen's. Noskorb. Elegant. Das soll wohl... Ja. Ja, Wissenschaft. Was soll das? Nein. Ich raus. Ich muss's wissen. Auf'n Geheimtipp gewesen. Boah. 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 Oh. Komm schon. Ja. Glückswürfel. Ich hab' ihn gefunden. Ich würde sicher nicht alle finden. Ich würde sicher nicht alle finden. Ich würde sicher nicht alle finden. Ich schau' gar nicht zu. Streng danach. Mensch, Gruppe. Wünscht euch was, Jungs. Um Miles. Ah, ich glaub' ich hab' nur Pony. Da oben ist. Da. Was sind die Kobolde, von denen er geredet hat? Hm. Das kapier' ich nicht. Ich sterbe. Nochmal? Ja. Wir haben's nur 20 Mal schon gehört, den Spruch, aber... ...wiederhol' es nochmal, bitte. Da geht's auch. Glückspilz. Glückspilz. Oder Waffenbox. Besser. Was hab' ich zum Sniper auswechseln? 100. 100. Das war jetzt mal das Gleiche. Das war nicht besser. Nein, nein. Das war überhaupt nicht besser. Wissensschriftvolle. Ah, was zum Lesen. Boah. Ich glaube, da sollte wer drüber reden. Sonst... Oder sie schreiben's dir einfach vor dem Bildschirm. Die Leute, die sich wirklich lesen wollen, da so ein... Manni. Was Manni und Mamai. Anscheinend... haben sie mir ein Gewand gegeben. Hab' doch schon was an. Ich hab' doch schon was an. Ich hab' nicht meine coole Rüstung gesehen. Sieht echt gut aus. Ah. 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 Keine Banditen. Oh. Ich hätte echt gerne Verstärkung. Du bist meine Verstärkung. Du bist meine Verstärkung. Da ist mein Leben auf jeden Fall. Meine Knochen. Meine spröten Knochen. Da haben wir fett groß. Hopp. Das war nicht die Dodge-Dachte. Ja. Du bist im Eimer. You activated my trap card. Rrrrrrrrr. Abos. Ich muss gleich das einfach nicht durchschießen. No cigar. To dead. Ich bin auch gleich mit anderen Zeugen. Ich mag Eis. die dialekte ich stehe auf die dialekte und wir haben raus was am näher wo es am wenigsten wert ist 123 ok die dinger verkaufen sich nicht schlecht die muss ich mir behalten ablegen 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 und ablegen emote ist doch nichts wert hier das könnte interessant sein überhaupt die rüstung ich brenne was gutes hier natürlich wir haben jetzt schon inventar probleme haben wir mal was ich da aussetzen kann das ist gut feuerrate nahkampfschaden sauberschein fähigkeiten was nehmen wir ein anderes schild 65 ja warum nicht bessere waffe schaut nicht so aus dann gehen wir wieder schlacht hin loswerden ich brauche einen automaten ganz dringend ganz dringend wir werden mir doch einen automaten dringend geben nicht nur überloot doch nur überloot machen wir schon ok ok hier überlootet ist das jump stop nein versprengen das ist toll wir alle haben spaß haben wir in den augenbrennen mit der nachtssocken einbogen nein aha wurde definitiv nicht gejated was gibt es hier sonst noch ja mit dem körper ein königlicher weg stein unmöglich sowas habe ich ja noch nie erlebt bist du ein schicksalsbringer alles klar ich bin verdammt beeindruckt geschichten darüber gehört schicksalsbringer kräfte freigeschaltet die armeen des dragonlords haben keine chance bis geförte bis geförte bis geförte schicksalsbringer 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 da sollte ich nicht so nah dran stehen Oh, er hat mich gelauncht. Ah, er hat mich gelauncht. Ich werde euch zu Todespawn campen. Ihr werdet es schon sehen. Ja, ich werde euch zufrieden. Ich werde euch zufrieden. Oh, er hat mich zufrieden. Oh, er hat mich zufrieden. Oh, er hat mich zufrieden. Ihr habt ein Angriff abgewehrt. Mehr hast du nicht drauf, Dragon Lord. Sieh zu, Schicksalsbringer. Sorry, dass ich dich unterbreche. Dragon Lord. Ah, ja, ja. Hier drüben, Schicksalsbringer. Was zum Verkaufen? Ich brauche einen Automaten. Ganz dringend. Ich brauche noch weitere Lotfinder. Und ich finde, ich kann das. Hier. Oh, was? Warte mal. Das habe ich nicht gewusst, dass ich das machen kann. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Mehr Kalzium. Ach, die Knochen. Natürlich die Knochen. Und Automat. Ich habe es nicht geglaubt, aber du kämpfst wie eine Legende. Du bist ein Schicksalsbringer. Ha! Los, ihre Bodenoffensive ist gestoppt. Aber ein paar Untote sind in die Stadt gelangt. Oh, beeil dich lieber, wenn du mich aufhalten und die Welt retten willst. Die Zerstörung von Prachthof wird mich nicht ewig beanspruchen. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Ja, gib rüber. Gut, gib her. Ach, wirklich? Okay. Dann habe ich die umsonst mitgenommen. Was kann ich dann damit machen, wenn ich es nicht verkaufen kann? Was wollte ich? Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Kein Eis. Kein Eis. Waffen, 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 Waffen. ähm, sagt das Passwort das Passwort lautet mach das scheiß Tor auf sonst stopp ich dir Blätter in den Rachen steck dir einen Henkel in den Arsch und mach dich zu meinem scheiß Teekessel oh, was steht da auf eurem Pergament? wahrlich, es ist ein Gedächt der Autor wäre sicher froh es zurückzubekommen ja, das Auto interessiert mich gar nicht nur die Loot auch die Loot eine gute Loot brauche ich ok, Highbron bringt nichts let's go, weiter, weiter, weiter was war ich da in der Hand? ok, die Sniper righto natürlich 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 was sonst was sonst der Regenbogenhof mit dem falschen Regenbogen ich hätte schon Augenkrebs boah was hell ja, Augenkrebshof ihr betretet Frachthof und seht den blanken Horror Hütten brennen, Skelette fressen menschliche Füße voll Debris das ist echt voll Debris das ist echt voll Debris los, wir müssen die Stadt säubern wir stellen uns ihnen auf dem Zottelplatz ja voll Debris Sandfarbe ja weiter so meine Armee unnachgiebiger Dunkelheit wenn ich diese Stadt erobert habe werde ich die ganze Welt zu fassen kriegen Knochenschädli im Anmarsch sehr schön weiter, weiter, weiter da funktioniert es? ich will, dass du mich hasst ich rede von wahrer Verachtung von ohnmächtigem Zorn der in deinem inneren brodelt und dich wie ein Feuer aushöhlt das hilft nicht sag dir einfach, wenn ich noch was tun kann Mentoren töten oder so ich bin ganz so ich hab keine Mentoren auch keine Freunde du Skeletons du Skeletons mit Knochen du bist bereits tot du weißt es nur noch nicht der Lacher wieder ah das ist nicht die gute Loot die ich gebrochen habe aber Kills Gefährte wird schon richten er macht das schon für mich sag ich ja das kann mir jetzt nicht ich sterbe noch mal schwenkt eure knochigen Hintern hierher wir tauchen nichts das ist ein Drache ich bin kein Zombie aber du bist gleich aber du bist gleich das ist ein Dragonblade Bomber das wenn du einen Pfeil in dir kriegst ist es vorbei ja dann kann ich keine andere Messer wenn ich einen Pfeil ins Knie kriege verstehe das wissen wir alle ah Borderlands Humor so typisch ich hoffe es gibt aber Monster die Skeletten die die ganze Zeit durchreden dann wird auch die wenn es noch mehr davon gibt und es nur noch das gibt dann in diesem Spiel wird das ziemlich anstrengend ich will coole Sprüche können die gar nicht haben dass es nicht anstrengend wird oh Weibern wird ich sie ja das gute Weiberenziel hopp und warum sag ich das verfehle ich uff ich bin durchs Feuer ich rieche Loot ach schlechte Loot wer war das war die gute Loot ne das ist eine Loot für mich hohe Sektor für dieses Spiel zu sein das ist der Traum so ein schöner Alge danke danke was ist das Vollwerk ah wo war ich Regenbogen uh ich will doch perfektes Voice Sektor da reinpassen ach sollte ich nicht scherzen damit ich hab noch einen ich will den mit dir zu opfen es gibt ja schon genug Streamer die Voice Sektor machen hier hoch mit die der der den Blät daneben, Malka. Was hat er mir getroppt? Nur Nachkampfrafen sehe ich. Mit dem Badass hier. Das liegt doch auf der Hand. Wir betören die Zugbrücke. Was? Ich dachte wir werden einfach würfeln. Und auf bessere Würfelklüge hoffen. Binden Dungeons und Dragonspiele. Wo ist der nächste Würfel? Da kriege ich hin. Die Melanzani rieche ich auch. Nein. Okay, war ein anderes Gemüse. Da komme ich noch nicht durch anscheinend. Nein. Schade. Gude. Okay. Dann noch eine gute Waffe mal dabei. Was ist das für einen perfekten Dark Magic? Ja damit. Da ist Gift gewesen. Dann Gift ist ein Gei. Warum nicht? Warum nicht? Was ist mir gesünder als? Nein. Nicht ganz raus doch. Das ist schlechter. Ich will doch noch diese Seite bleiben. Das ist nicht viel besser. Hey Süße, sie ist echt heiß aus. Sind die Gegengewichte neu? Ja, dafür müsst ihr nicht mal würfeln. Die Zugbrücke fährt voll auf das Spielchen ab. Klappt immer wieder. Klappt immer wieder. Mit der Stimme. Uh, was ist das für ein Teil. Klappt immer wieder. Und nach der Fall. Das mit dem Diamantschädel der Königin bringt, erhält eine dieser neuartigen Truthankoil. Auch wenn ihr sie nicht essen könnt, eignen sie sich hervorragend zum Menschenverprügeln. Truthankoil? Uh. Das klingt eigentlich recht nicht schlecht. Der Protein reicht. Die Kutonkeule. Da ist das andere Keulen. Auf jeden Fall. Kann man sich gönnen. Wo ist die Melantani? Und das Gemüse haben wir auch von dazu. Sehr gesunde Ernährung hier. Was ist hier? Letzter Brot. Felix Joke. Oh. Oh. Sind wir schon vom nächsten Kontrollpunkt. Hier schreiten wir zum letzten Gefecht. Wie weit sind wir drin? Wie weit sind wir drin in der Folge? Nein. Viel zu weit schon. Pause hier. Pause.